Hey Leute, willkommen bei Pokémon JM. Hier ist der Marc und der Stefan und heute öffnen wir ein Single-Display-Phantomkräfte, also 18 Booster Packs. Sind wir mal gespannt. Das ist hier so eigentlich die inoffizielle Fortführung meiner Suche nach dem Dialga EX Secret Rare, nach dieser silbernen Karte, also die wenn wir hier dann ziehen können, würde ich wahrscheinlich ausrasten. Aber guck mal einfach mal. Wir starten und öffnen heute einmal mal 18 Booster vom XY-Phantomkräfte-Erweiterungsset. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Du bist ja schon in dem Thema der Profi, sag ich mal. Und schauen wir mal, ob wir ein Dialga oder vielleicht sogar das Silber-Dialga dabei haben. Mal gucken. Du sagst jetzt gerade, ich bin hier der Profi und ich wollte dich währenddessen gerade mal fragen, was hier eigentlich so die wichtigen Karten sind, die wir hier rausziehen können. Ah, öffne noch eins. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier noch gute Spielbarer ist. Ah, wobei, Kampfverdichter. Also Kampfverdichter werden recht gut hier rauszuziehen auf der Kampffahrende, glaube ich, ist ein Set drin. Genau, wie weit. Also ein paar gute Energiekarten. Trainerkarten, genau. Ah, Trainerkarten, meine ich ja. Ein Kram, Chef. Ist das eine Holo? Nee, ist ein ganz normaler, okay. Drittes Pack. Wir können uns hier definitiv einfach mal auf weniger EX-Karten als in unserem letzten Opening einstellen. Das war ja das Generationen. Okay. Auf jeden Fall einige neue Karten. Ja. Und unsere dritte Non-Holo-Karte. Pumpkin, okay. Also, Pack Nummer 4. In der Hoffnung, dass wir etwas Gutes ziehen. Ganz, ganz viele neue Karten. Wow, Flordy ist Trumpfkarte, wuhu. Leider ist diese Karte nicht spielbar, weil die zu OP ist. Und... Was ist das hier, Trinkmannste? Okay, und... Ah, ein Kavala. Noch eine Non-Holo-Karte, das gibt's ja nicht. Oh, nee. Fünftes Pack. Mich verfolgt hier irgendwie mein Unglück. Nee, EX-Karte, wäre super. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei. Eine Reverse Holo-Rare. Oh, cool. Und O-Mod. Das ist ein cooles Ertel auf jeden Fall. Ja. Und... Ah, ein Hyteira. Okay. Es kann nur besser werden, es kann nur besser werden. Nächstes Pack. Und wir hoffen auf was Gutes, ein Flauschling. Oh, ein Kampfwander, immerhin. Ah, ja, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ein Somniam und... Ein Rolltooler. Nummer zwei. Immer noch keine Rollung. Gottverdammt, was ist das denn? Pack Nummer sieben. Hier wieder ein Hauptneu... Oh, ein Spezialhammer, der ist auch nicht schlecht. Und die Rare-Karte ist... Ein Kröpuk als... Non-Holo. Non-Holo. Wir gehen hier beide nach vorne zum Monitor in der Hoffnung, dass wir ein Holo, aber ne. Shit happens. Oh Gott, ich habe hier echt... Wir haben hier echt kein Glück mit Phantomkräften. Und... Vielleicht der Wett. Oh, ein O-Mod. Auch kein Molo. Oh, verdammt. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Auf jeden Fall wäre... Oh, ein Kampfverdichter haben wir auf jeden Fall noch dabei. Das ist auch schon mal okay. Und... Und... Aber das ist unser erster... Ne, ich meine, das ist auch keine Holo. Warte, das war... Verdammt. Ah Gott. Ich sehe es nie, wie viel Booster, dass wir noch zurückkaufen. 13 Packs haben wir noch. 13 haben wir noch? Okay. Also haben wir noch... 8 zum Öffnen nach diesem Pack. Okay, oh, ein Jan Mega. Oh, cool. Und... wieder keine Holo-Karte. Und natürlich auch keine EX-Karte. Weiter geht's. Oh Mann, was für eine Pleite hier. Es kann nur besser werden. Drückt uns die Daumen. Ah, und ja, das wäre eine Holo. Aber wir haben es als Reverse-Holo gezogen. Ja, schade. Pech. Und da ist unser Nicht-Holo, wie wir es erwartet haben. Oh, Junge. Nö, schnell noch eins. Okay, wir haben ja noch ein paar Packs übrig. Sieben Packs inklusive diesem. Und jetzt unsere erste Holo vielleicht. Ja. Oder? Nee, nee. Nee. Nee, X-Wert habe ich... Nee. Nee, X-Wert ist auch keine Holo. Die habe ich als normale Rare gezogen. Ach, verdammt. Okay. Fünf Packs nach diesem Mop. So, auf jeden Fall haben wir schon mal zwei Karten zum Umdrehen. Das ist ja schon mal was. Einmal... Ein Kabel Lanz, das sind Reverse-Holo. Das ist... Und... 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 Das ist nur ein Gravit... Nee, ist auch keine Holo. Das gibt's doch nicht. Es gibt es nicht. Oh, was für eine... Oh, Junge, das kann doch nicht möglich sein. So. Oh, wieder zwei Stück. Das kann nur besser werden. Ein Reverse-Holo-Romod. Und... Oh, ein Pyro. Oh, holo. Unsere erste Holo-Karte. Haben wir geil. Wir freuen uns hier mehr als über eine X-Karte. War das Wahnsinn. Weil wir uns auch nicht über eine X-Karte freuen können, weil wir keine ziehen. Das ist wohl wahr. Okay. Gucken wir mal. Oh, ein paar neue Karten. Haben wir jetzt die Schwelle gebrochen und ziehen jetzt endlich unsere... Eine Flare-Karte. Die sind zumindest ziemlich... Sondern die würde ich gerne mal in echt ziehen. Ich glaube, die ziehen den wirklich ganz gut. Sehr cool. Das ist auf jeden Fall auch Holo. Also das ist die zweite Holo-Karte jetzt. Kampfgeschirr. Man kann das hier kaum lesen. Aber ist egal. Die können wir aber anders auch durchlesen. So. Zwei Packs nach diesem noch. Schauen wir mal, ob wir vielleicht doch eine EX-Karte noch kriegen. Und hier ist... Apoqualyb. Nicht mal eine Holo. Okay. Jetzt das vorletzte Pack. Oh, Junge. Das ist ja doof. Und... Okay. Zwei Stück. Das ist schon mal gut. Oh. Und Trike Fahlo in Reverse Holo. Und... Rundzong. Okay. Schade. Allerletztes Pack. Letztes... Allerletztes Pack. Und wir hoffen jetzt, dass wir wenigstens eine EX-Karte ziehen. Das wäre natürlich wünschenswert. Apoqualyb. Oh, Junge. Ich will gar nicht draufklicken. Und... Du... Oh, jawoll. Mega Gengar EX. Super. Perfekt. Was? Ein letztes Pack. Ja, geil. Wir haben tatsächlich noch eine EX-Karte gezogen. Wer hätte das noch gedacht? Wahnsinn. Okay. Das war es schon wieder für heute, Leute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, damit nach oben. Dann gibt es auch schon bald wieder das nächste Pack auf. Wir brauchen immer noch ein paar gute Karten. Und dass wir hier mal ein paar gute Decks auch zusammenbauen können. Ansonsten wünschen wir euch noch alles Gute. Und wir sehen uns. Bis dann. Also. Ciao.